so hallo erstmal ein neuer guild war gegen swag auf jeden fall eine der besseren wir starten gleich mit dem besten plus 3 guardian 3 die woche sunny das erste team eigentlich würde ich auf die schnelle cyrus sagen einzige problem ist einfach wir haben zwei reviver perna mit dem second life also ziemlich risky wenn irgendwas resistet wird aber unteres team skogel wusser und kumar ja was soll ich sagen habe irgendwie überlegt bisschen katharina zu machen aber kumar silence und so okay gellian sehr nice und cyrus bitte auch schau mal perfekt alle resettet kein wireprog von denen kill und kill super easy gut keine ahnung versuchen wir irgendwas zu strippen will of skogel gestript skogel of vio defense break nein leider nicht so kann ich kann ich skogel snipen ich glaube weil perna hat irgendwie nixen move und perna hielt wieder molon ich hoffe dass irgendwie wusser überlebt oder ok wusser geht eh nicht auf molon ok der away von kumar war ein bisschen risky aber ok defense break sehr nice heal brauchen wir nicht wireprog nein kein strip kein stun so kill ok nice wireprog so kill quit so kill your wireprog so na ist reckless gut got in free player easy Schauen wir weiter, sollen wir ihn hier machen? Soll ich mal Chazoo nehmen? Oder soll ich einen Reviver nehmen? Oder meinen Wind Paladin? Ja ich glaube ich nehme einen Wind Paller. Gut, unten haben wir einen Stripper. Kann ich Wasser Twins machen? Zusammen mit Chloe oder Raccoon. Ich glaube Raccoon ist besser. Lass uns überraschen. Obwohl ich im Nachhinein glaube ich trotzdem gerade glaube, dass Chloe besser wäre. Aber macht nichts. So, bitte keine Copper Trap. Gott sei Dank. So, wir heilen ein bisschen. Naja, entfernen wir halt Defense Break sicherheitshalber. Nicht, dass ich das Google irgendwie weiterprockt. Okay, Dispair Molong. Oder was? Oder was? Autsch. Wäre gut, wenn du überlebst die Messity. So, ich hoffe wir machen trotzdem Damage. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Ein bisschen. Okay, okay, okay. Wir killen einen. Nein, 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 nein. Keinen Stunnen. Bitte Iris killen. Defense Break. Sehr nice. So viel zu Provoke. Ah, ist kalt durchgefahren. Viaprox. Und Yolo Twins für den Gewinn. Gut, gut. Was haben wir da noch? Hm. Nein, ich hab da heute keine Lust drauf. Oder? Oder was? Oder was? Hm. Ja. Sagen wir mal nicht irgendwie Pussy. Die Frage ist, oder? Das war irgendwie Iona mit irgendwie 60k HP oder so. ne? Ich überlege, ob ich ihn mal irgendwie... Na, warte. Okay. Warte, 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 warte. Hm. Kann ich das machen? Ich hab überlegt, irgendwie mit Ciara, aber das... weiß ich nicht. Also das Obereiteam ist super risky, weil meine... Was hat meine Katalina? 64% Crit, das ist super schlecht. Also das heißt schon mal, dass ich mal mindestens davon ausgeben muss, dass einer nicht critet. Aber... Was soll's? Okay, und da unten? Schauen wir mal, ob wir nochmal Glück haben. In meinem Glück stript jetzt irgendwie natürlich gleich Invis von Katarina, ne? Nicht einmal. Okay, Katarina. Mach mich stolz irgendwie. So. Zwei in Iona. Oh. 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 Okay, aber wir können zumindest ein Altomale, glaube ich, snipen. Echt übel hier mit Darien Passiv. Und ja, wie man wirklich Sinn hat. Oh mein Gott. Tja. Kali wird halt jetzt eiskalt verrecken, das heißt wir haben Attack Buff auch schon nicht mehr. Er macht schon mal Weaken. Weaken Attack auf uns. Weaken Attack auf uns. So, ich... Ja. Ich hoffe, dass sich Iona jetzt nicht heilt. Na ja. Na ja. Na sehr nice. Na gut, das war irgendwie nix. Jetzt sind nämlich wieder alle voll und wir haben irgendwie nicht mal Attack Buff. Na ja. Na ja. War irgendwie... Irgendwie zu erwarten. Na ja. Na ja. Na ja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Na ja. 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 Na ja.